Ich bin Maxim Abramow, 10 Jahre alt und ich bin ein Skater. Im ersten Film, Maxim der Größte, geht es um einen Jungen, der seine Beine verloren hat und trotz dieser Behinderung Skateboard fährt und sogar bei den Paralympics mitmachen will. Mein Traum ist es einmal an den Paralympics teilzunehmen. Der Film Jules und ich handelt von Rose, die einen Bruder hat, der eine Geschlechtsumwandelung macht. Jules will ihr Gesicht verändern lassen. Wirst du es komisch finden, wenn mein Gesicht anders ist? Ich glaube nicht, dass ich das komisch finden werde. Ich muss mich halt daran gewöhnen, aber ich glaube nicht, dass das lange dauern wird. Ich versuche immer so stark zu bleiben, aber manchmal wünsche ich mir so sehr, dass was ich erlebt habe, dass es ein Traum war. Im dritten Film, Seepferdchen, geht es darum, dass das Mädchen Hannah über das Meer nach Deutschland flüchtet und dabei ihren kleinen Bruder mitnimmt. Sie überwindet ihre Angst vor dem Wasser und bringt sogar anderen Kindern bei, wenn man schwimmt. Unter diesen Kindern ist auch ihr Bruder Sida. Erinnert er sich daran, dass wir über den Meer gekommen sind? Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ich glaube nicht, dass man das so einfach verlieren kann. Ich glaube nicht, dass man das so einfach verlieren kann. Die Materialien lassen sich schnell aneignen und im Unterricht einsetzen und sind inhaltlich und zeitlich sehr gut strukturiert. Deshalb findet unsere Jury großartig für Lehrkräfte. Ich hoffe nicht, dass man das so einfach verlieren kann. Ich glaube nicht, dass man das so einfach nicht überlege ist. Untertitelung des ZDF, 2020